Was du persönlich von der Maske hältst, ist deine Sache. Wenn du es in den Öffis nicht trägst, machst du deine Sache zu meiner Sache. Erspornen wir uns das, bitte FFP2-Maske aufsetzen und über Mund und Nase ziehen. Was du einfach mit dem Maske ist, ist dein dein Ding. Du bist mein Fonds dafür, dass die Arme der Schwerke nicht nicht tross. Du schwarzt dich, dich und mich der Stress, dass du FFP2-Maske anstattest, und du auf den FFP2-Maske und der Schwerke zu schütz. Die Maske sind die Dinge, wenn du andere anstattest, werden die Menschen ausmacht und die Schwerke nicht mehr verletzt. Die Maske kann die Maske nicht mehr verletzt, wenn du in der Maske nicht mehr verletzt, Das ist die FFP2-Maske, die du mit dem FFP2-Maske und der Verkaufst. Untertitelung des ZDF, 2020